Hi, willkommen zu einer neuen Folge Nioh. Wir sind hier in der ersten Nebenmission. Äh, wie heißt der nochmal? Totes Banditen. Und der Kollege da oben hat mich letztes Mal umgeschnetzelt. Äh, diesmal aber nicht mit mir. Diesmal mache ich ihn kalt. Da kenne ich auch nix. Hm, da scheint gar nicht der Boss zu sein. Kann ich das wieder rückgängig machen? Nee, kann man nicht. Ähm, wo ist mein Amerita? Wollt ihr mich verarschen? Ich fand das schon komisch. Ich hab das, ähm... Ich weiß mittlerweile, wofür diese Beschwererkerze da ist. Da kann man sich das Amerita wiederholen. Was man verloren hat, also sofort. Also wenn das mal viel ist oder an der doofen Kerze. Ist ein cooles Item, wie ich finde. Ähm, aber ich hab schon hier gesehen. Ich kann das nicht benutzen. Warum ist das Amerita weg? Kann mir das jemand erklären, der Ahnung hat? Okay, da komm ich nicht drauf. Irgendwie muss ich an das Item kommen. Das ist ärgerlich. Das waren 6000 oder so. Und ich hab jetzt mein Dings für den hier oben verbraucht. Dabei war das nicht der krasse Dude. Okay. So, was haben wir hier? Bluntemunition. Okay. Also, langsam müsste aber mal hier der Anführer kommen, oder? Ja, ich mach wahrscheinlich das Fischerdorf. Wir gehen in die umgekehrte Reihenfolge. Aber ich hätte jetzt gern einen Safe-Punkt oder das Ende. Weil das hier immer alles neu zu machen, das ist schon arg nervig. Die Tür konnte ich ja nicht aufmachen. Warum haben sie die Tür wieder rausgenommen? War das zu viel Aufwand, das andersrum zu programmieren, dass die Tür von hier auf aufgeht? Weil das ist halt das Nervige. Naja. Da müssen wir jetzt besonders vorsichtig sein. Ich hab da drüben nämlich schon wieder einen Spacko gesehen. Hä? Wo ist er hin? Wat? Hat er keinen Bock mehr? WTF? Ist er ins Haus gelaufen? Ach so. Ich hab für einen kurzen Moment gedacht, hier steht einer. Ich kann mir vorstellen, dass der Anführer vielleicht auch im Gebäude ist. Deswegen gehen wir erst mal ums Gebäude rum. Okay, der ist ein bisschen krasser. Wie es scheint. Aber geht noch klar. Der hatte bloß mehr Leben. Okay. Bisschen Amirita. Ich muss sagen, diese Nebemission, die ist ein bisschen tough. Weil, ja, wenn ich sterbe, sterbe ich, ne? Lass mich aus der Ecke hier raus. Okay. Puh. Ja, vor diesen Dudes habe ich immer ein bisschen Bammel. Weil die ein bisschen sich besser verhalten. Oh, da unten ist der... Komm. Ja, da unten laufen welche. Es ist wahrscheinlich so, wie ich es mir denke. Ich muss hier das ganze Gebiet ohne Save-Punkt, ohne alles machen. Das Gebiet kennen wir ja schon. Ich muss halt nur den Anführer finden. Ich habe bloß keine Ahnung, wo der ist. Manchmal ärgert mich die Kamera. So, was hast du hier bewacht? Okay. Haben wir den Ort auch aufgecheckt. Hier ist auch niemand. Er ist schon fies, wie ich finde. Alles ohne einen einzigen Checkpoint. Es sind zwei. Sind aber harmlose, ne? Ja, ich mache die trotzdem. Ja, die bewaffene Kiste. Na, der hat mich getroffen, aber der ist dafür auch weg. Das war knapp. Puh. Da konnte man die Deckung nicht durchbrechen. Und meine Elikziere werden langsam weniger. Ich habe nämlich an Schrein, habe ich meine grünen Kumpels umgestellt. Weil ich kann jetzt, weil ich so viele gefunden habe, auch mehr Amerita bekommen. Also ich habe jetzt 10% mehr Amerita bekommen. Statt 10% mehr Elikziere funde. Das merke ich gerade. Weil sie gehen mir langsam aus. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Nicht beide auf einmal. Ja. Der ist noch egal. Oh, der lebt mehr, als ich dachte. Das ist eine ungute Kombination gerade. Ähm. Genau, ich wollte da rein. Genau. Mach deinen Mut, dass ich mich heilen kann. So, einer weg. Ah, scheiße. Der will sich ja holen. So. Elixier, please. Leider nicht. Okay. Ich hoffe, ab irgendwann einem Punkt in der Story kann man bei der Schmieden Elixiere kaufen. Weil Geld habe ich genug dafür. Da haben wir noch einen. Geld habe ich hier 25.000. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das im Verhältnis zu anderen Reichtum ist, aber... Sollte passen. So. Da kommt man dann nach oben hin. Ich gehe mal erst nach unten. Da steht nix drauf. Da ist einer. Und da ist noch einer. Da sitzt auch einer. Und der bewacht was. Dann locken wir mal raus. Das da drin ist, ist mir ein wenig zu eng. Reißer Amulett. Okay. Ähm. Mir fällt gerade auf. Äh. Habe ich die Kiste oben geplündert? Ich glaube nicht, ne? Ich gucke mal gerade, Leute. Ja, habe ich. Okay. Ey, ihr kennt das. Mein Gedächtnis, ne? Okay. Wo ist der Anführer von den ganzen Idioten hier? Ist der unten am Strand, oder? Wo ist der? Von hier können wir ja auf den Strand runter gucken. Ja, der ist jetzt unten. Der ist auch verreckt. Okay. Unten am Strand scheint es ruhig zu sein. Ich sehe da auf jeden Fall nichts. Ja, ich gehe den Weg trotzdem ab. Komm, komm. Ohne den anderen. Ich habe euch zwei hier gesehen. Komm. Sag mal, jetzt bist du blind? Naja. What the fuck? Ich habe hier überhaupt keine Wahrnehmung. Ich denke, ich werde wieder, wenn ich meinen nächsten Schrein bin, das auf mehr Elixiere umrüsten. Weil wenn man Amerita braucht, dann kann man das ja einstellen. Ich habe schon bestimmt so 20.000 Amerita während des Placeroos verhunzt. Aber, ja, ich komme eigentlich noch ganz gut zu... Ja, klar, ich sterbe oft, aber... Das war ein Vogel, okay. Da drin ist noch einer. Okay, der hat gut geklappt. Der hat ein Elixier, sehr gut. Der ist halt zufällig auch mal was bekommen, glaube ich. Das ist der dicke Macker. So, Mission abgeschlossen. Das ist der dicke Macker. Okay, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um, ob wir hier noch Sachen finden. Ah, und dann kann man das berühren, um hier wegzukommen. Habe ich, ehrlich gesagt, noch kein Interesse dran. Warum ist jetzt hier auf einmal ein Schwert? Das war eben nicht da. Und was ist das da? Achso, das ist der Typ, den ich umgelegt habe. So, wenn ich jetzt aber noch sterben sollte, wäre das bitter. Hä? Warum kann ich mit denen nicht interagieren? Okay. Achso, am Schlamm kommt man noch gar nicht hin. Okay. Vielleicht versperren sie mir das da oben auch. Vielleicht kann man jetzt mit gar nichts mehr interagieren, sobald man den Anführer umlegt. Weil ich konnte mit dem Schwert was da... Das war... Und hier geht's auch nicht weiter. Haben sie auch abgesperrt. Und hier oben haben sie auch zugemacht. Okay, das heißt, man kommt da nicht hin. Ähm, ja, aber warum kann ich denn jetzt mit dem Schwert nicht interagieren? Das ist dumm. Ja, Geld kann ich einsammeln. Nein, ich will mit dem Schwert noch interagieren. Dann halt nicht. Das war vorher nicht da. Das ist erst aufgeploppt, nachdem ich den gelegt habe. Voll komisch. Naja, es ist nur, dass wir da ja ein paar Rufpunkte sich zu gönnen. Hervorrende Arbeit, genau wie ich es erwartet hatte. Die Baufröhungen sind überglücklich. Sie hatten es in letzter Zeit wirklich nicht leicht. Hoffen wir, dass sie jetzt etwas Ruhe genießen können. Mission in Zwielich, Mission geändert. Oh, warte, insel der Dämonen. Ach so, jetzt wo ich die Nebenmission gemacht habe, kann ich das machen. Das ist nämlich das von Anfang an. Aha, dann kann ich den Bereich erkunden, den ich geskippt habe. Und ich habe zwei von diesen grünen Astlachs nicht gefunden. Was steht auf der anderen Seite? Okay. Okay. Und was haben die jetzt hier in den Zwielich-Missionen geändert? Ach so, das ist immer zufällig, was für Missionen da sind. Was scheinbar, mhm. Aber 167, das können wir uns ausdenken. Werden wir nie schaffen. Okay. Ja, Leute, ich würde mal... Geh mal da hin zurück. Weil hier ist ein Aufrufezeichen plötzlich auch da. Ja, es ist ein Haken da, dass man das schon gemacht hat. Wofür ist das Ausrufezeichen? Kann man sich das irgendwie erklären lassen, wozu das auf... Oder ist das... Nein, jetzt habe ich auf Versehen. Dings gedrückt. Nein, ich will nicht online sein. Mach das weg. Dann werde ich invaded vielleicht. Kein Bock. Egal. Wir gehen mal hier wieder hin zurück. Ich habe hier zwei grüne Spackus. Okay, den letzten habe ich nicht. Der ist hundertprozentig in der Höhle. Und den dritten habe ich nicht. Mal gucken, was hier steht. Vier Jahre lang war ich ein Pirat, bis England mich anhalte, um die wundersamen Amerita genannten Steine zu sammeln. Als ich erfuhr, dass der Sieg über Spanien den Amerita zu verdanken war, sperrte mich die Behörden ins Gefängnis und ein Name namens Kelly raubte mir Sarose. Das ist der Geist bestimmt. Gleitet von einem Kompass, der mir Sarose hinterlassen hatte, schlich ich mich heimlich an Bord. Eine Silent Shift der lief. Nach langer Zeit traf ich in Zipango, den Land des Goldes, ein. Kelly ist irgendwo hier und ich werde ihn finden. Oh, das ist ein Typ. Für mich sah der immer männlich aus. Okay. Wir können das jetzt neu machen. Ah, ich hätte vielleicht das Amerita investieren sollen, aber wir starten wahrscheinlich am Sch- Okay, der Hate aus der letzten Folge. Vergesst ihn. Ich kann zurück ins Fischerdorf. Das ist ja gut. Habt ihr mir bestimmt auch alle in die Kommentare reingeschrieben, aber ich habe es ja schon in der letzten Folge erwähnt. Ich nehme immer etwas im Voraus auf. So eine Woche. Oh, ist das geil. Die ganzen Items resetten. Das heißt, man kann das neu durchsuchen. Die Schwerter sind aber auch neu. Oder? Stufe 5. Ja, das sind Spieler. Das sind Online-Spieler. Jetzt, weil ich Online habe. Ich mache mal gleich den Spielstand auf Offline und dann gucke ich, ob die noch da sind. Das sind PvP-Spieler. Die man zu sich hinholen kann für Belohnungen oder was weiß ich. Okay. Ich investiere gerade unsere Armerita. 9,4 haben wir. Dürfen zwei, vielleicht sogar drei Level-Ups sein. Sind drei. So, wir kriegen fünf Stärke, 45 Leben und drei Prozent weniger Gewicht. Gucken wir mal. Ich trage ja schon die Gold-Rüstung. Ich will halt das Gewicht darauf trimmen. Den Helm können wir jetzt zum Beispiel tragen. Sind bei 63. Rüstung habe ich schon. Die Handschuhe trage ich auch schon. So, jetzt kommen wir hier hin. Ja, die wiegt halt sehr viel. 17. Das wird noch eine Weile dauern. Und die Füße gehe ich auf 75 Prozent. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, Leute, ich mache mal einen kleinen Cut und gucke, ob die Dinger hier verschwinden. Und wenn ja, dann sehen wir uns bei diesem Gang, den ich übersehen habe, wieder. Leute, ich habe was hier bei diesem großen Haus, wo man den ersten Yo-Kai bekämpft entdeckt. Hier in der kleinen Ecke ist einer unserer grünen Kärchen. Das wäre der achte von neun. Und ich bin mir relativ sicher, dass der letzte in den Gang ist, den wir noch nicht erkundet haben. So, Leute, mal gucken, was in diesem Weg hier ist, ne? So, ich bin jetzt durchs ganze Gebiet nochmal durch. Und man muss sagen, alle Items und auch diese roten Schwerter sind resettet. Also, wenn man das nochmal neu machen möchte, dann alles nochmal neu einsammeln. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist ja in Frontsoftware-Spielen anders. Wenn du einmal Items einsammelst, weg, ne? Also, wenn du bestimmte Items haben willst, kannst du farmen. So. Und dann schauen wir mal, was es hier in der Höhle gibt. Nix. Items. Eigentlich muss hier noch so ein grüner Kerl sein. Weil wenn der hier nicht ist, weiß ich nicht, wo ich den suchen soll. Man sieht auch schon, das hat ein bisschen was für mein Ameriti getan. 18.000 haben wir. Und ich habe jede Menge Geistersteine auch gefunden. Also, das hat was für unser Level getan. Hier ist aber nicht der grüne Kerl, den werde ich irgendwo vergessen haben. Junge, chill. Ja, der ist kaputt, aber ich kann nur zweimal hauen, aber es reicht. Ähm, ja, wo ist jetzt der grüne Kerl? Ich habe acht von neun gefunden. In der Höhle hier scheint er nicht zu sein. Okay, hätten wir das gar nicht machen müssen. Die Höhle war gar nicht so wichtig. Aber, ja, ich werde mal jetzt durchs ganze Gebiet nochmal durchgehen und gucken, ob ich diesen grünen Kerl finde. Und dann sehen wir uns wieder. Hui, ich habe jetzt viel Zeit verbracht, das letzte Kerlchen zu suchen. Ähm, ich mache das mal hier von Save-Punkt auf, weil ich bin hier auch ein bisschen um und her geirrt. Und zwar von Save-Punkt hier links einfach runter. Und dann ist er da bei einem dicken Baum. Du kleiner Schlawiner. Gut. Dann hätte ich alle Kodama-Geister hier gefunden. Ähm, um die Mission zu beenden, muss man wahrscheinlich den Boss sogar nochmal machen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Dass man die Boss, äh, wiederholen kann. So, Leute, dann sind wir wieder hier im Karten-Menü. Ähm, man muss sagen, ich habe den Boss jetzt nochmal gemacht. Und zwar mit diesen, wo man die Waffe verwandelt. Och, Alter, ist das Opel gegen den gewesen. Mal gucken, ob das bei anderen Bossen auch so ist. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, dass man hier zwischen Nebenmissionen und Hauptmissionen jetzt wechseln kann. Das heißt, ich hätte es schon vorher zurück in meine Mission kriegen. Ich war bloß zu dumm mal wieder. So, dann machen wir heute noch... Ähm... Gehen wir zum Waffenschmiegt. Mich interessiert, ob... Seelenbild, äh, Schmiede... Kaufen und Verkaufen, genau. Kaufen. Was kann ich bei dir... Kann man bei dir Pfeile kaufen? Kann man. Was? Okay, ich habe schon Maximallanzahl. Dann interessiert mich das erstmal nicht. Und ja, durch das Recyceln des ersten Dungeons habe ich noch ein paar Amiriter, die investieren, die werden uns im nächsten Part sehr zugutekommen. Ich habe auch ein bisschen Elixier gesammelt. Das heißt, wir können den Kondama sägen, denke ich mal, wieder auf... Ähm... Auf Amiriter setzen. Mehr Amiriter, solange ich Elixierer habe, ist ja... gut, würde ich sagen. So. Stufenanstieg. Ausdauer. Wie viele Level kriege ich? Sechs. Fünf Prozent runter. Ich will mal stärken ein bisschen. Ja, oh ja, das ist ein Unterschied. Obwohl... Neun zu zehn ist nicht so viel. Aber... Ich bin mit dem Schaden meiner Fernkampfwaffe ein bisschen unzufrieden. Da muss ich vielleicht ein bisschen was machen. Aber ich benutze die sehr wenig. mehr Leben im Vergleich. Ja, wir nehmen mal Stärke noch dazu. Leben kriegen wir so oder so. Ich glaube, Körper ist gar nicht mal so wichtig. Ausdauer ist erst mal wichtig. So schnell wie möglich, dass ich die goldene Rüstung tragen kann. Ja, da würde ich mal sagen, steht nächstes Mal tief in den Schatten an. Mission Stufe 12 brauche ich dafür. Ich weiß gar nicht, was für ein Level habe ich jetzt. Kann ich mal kurz hier bei Schrein gucken. Stufenanstieg. Ich habe auch in dem Inventar noch reichlich von diesen Geistersteinen. Damit ist ein Level-Up bestimmt auch noch drin. Kann ich mal bis zur nächsten Folge gucken. Kann ich ja hier in dem Menü leider nicht einsetzen. Aber wenn wir in der neuen Mission starten, kriegen wir bestimmt ähm... Ja. Ein Schrein. Dann können wir das da machen. Wo steht denn hier meine Stufe? Da unten. 22. Ja. Passt. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, auch wenn ich ein bisschen heute nur gesammelt habe und diese eine Nehmission gemacht habe, nächstes Mal geht es mit der Hauptmission weiter. Da werden wir bestimmt wieder aus dem Maul bekommen. Und hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und lasst doch gerne Like und Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.